Ich kann es nicht so schwören ohne dass ich ein Problem habe, wenn ich einfach hinter einer vorne fünftere Halsschiff auf dem Rant und nicht auf. Jaaa... Das ist das dumm so. Eben. Aber so in dein Betraue, in die Beträge, wo sie investieren werden, das ist einfach arg. Ja, das ist doch... Mann, da die alten Leckerungsfall auf die Tür hat 70 Jahre gekostet, was der gesagt hat. Komm mal los. Ja, mit den ganzen DLC. Ich darf mir, glaube ich, eben an 70 Euro am Panzer. Ultrakill. Ultrakill. So, und obwohl ich 15 Euro für ein Map-Hack kostet, die Papierkorten dabei sind, darf ich mir ein Rohr auf dem Account. Zehn Kills verbleiben. Na. Bleibt es da ein bisschen. Ja, ich such gerade am Busch. Der Kortener füriert uns zurück, da kommt. Ja. Der Kortener füriert uns auf. Oh Gott, da hat es mich schon wieder reizt, den Busch zu knallen. Oh, und die haben Azehle richtig geschenkt. Ich würde das noch nicht aufkommen. Oh, mit Schraken. Er macht den Busch so. Oh, da ist er. Ich suche jetzt eine Blirn. Eine kleine Blirn. Und das convictions. Und das vermeint das Spiel. Gib dem Programmierer die Schuld. Zunahme der Angst an dem Todesopfer. Ferdinand.